Ein Ford Eco-Spot steht hier zum Verkauf. 5 Personen haben in diesem großen silbernen, 5 Thüringen, SUV Platz. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Einparkhilfe, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Tempomat und noch vieles mehr. Der sparsame Diesel hat eine Leistung von 90 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 19.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017